Und von den Ayat, dass er das nicht wieder so wird, eine solche Unrechtsherrschaft wie durch Israel jetzt, kann ja nicht andauern. Sie ist gar nicht überlebensfähig, also machen wir uns das nicht. So wie am Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum im Jahre 1994 in der argentinischen Haft. Kein Gott, kein Gott, kein Mensch, 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 Das war's für heute. Freihand für Palästina! Fotos! 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 Eröffner, heil, sei frisch und zuerst. Er eröffner, eröffner, eröffner. Insalmente. Freie, 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 freie! Seid ihr auf sie, dass der gateil ist geältet. Gleich, selber, dieses nahe. Und die Meinung im Allerseiten ist meine Freie. Und niemals vergessen, zu viel Geld, zu viel Politik, zu viel Religion und zu viel Polizei macht uns an. Freiheit für Polizier! Kinder, Kinder, die sich in Deutschland genau so wie jeder Leute, wenn er morgen aufsteht, sein Kind gesund steht er will! Genau so, für jeden kommunistischen Elternteil, sein Kind, gesetzt, auch von seinem Sehland. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier. Wir wollen den deutschen Königin machen, den Westen. Heilheit für Palästina! Sie sind die Rassisten! Alle nach der Hände! Los, nach hinten! Sie sind die Rassisten! Keine Juden, keine Rassisten! Sie sind die Rassisten! Keine Juden, sondern Faschisten! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Keine Waffenliefer an Israel! Keine Waffenliefer an Israel! Habläge mit Eier! Muslime Juniograß Erszelbee! Ich werde klar sein! Muslime Juniograß Erszelbee! Freiheit für Palästina! Liebe Geschwister, liebe Freunde, auf der nächsten Seite sehen wir uns für die spezialistische jüdische Stimme. Vielen herrlich, meine Freunde, wenn sie aussehen, die sie mit dem Motoren an der Welt ausfordert, dass die Menschen auch weiter laut zu rufen, wie sie nicht entfassen sehen. Deswegen werden die volle Stimme. Freiheit, die Wahl ist wieder! Bonus der vorliegen... Klappe! beliebte 呢 Das war's für heute. Das war's für heute.